Major, Minor, Credits, wie bitte? Du willst deine Fächer wählen und bist aber überfordert vom Angebot und den Kombinationsmöglichkeiten oder du weisst nicht, wie das mit diesen Credits funktioniert, dann bist du da. Genau richtig. Zuerst Basics. Für einen Bachelorabschluss brauchst du 180 Credits. Die Regelstudienzeit geht sechs Semester. Du kannst aber auch länger studieren, wenn du zum Beispiel neben dem Studium arbeitest. Grundsätzlich gilt, dein Stundenplan sollte nicht mehr als 10-12 Stunden in der Woche haben, die du in Lehrveranstaltungen gehst, weil einen grossen Teil deiner Zeit verbringst du mit der selbstständigen Lektüre von Fachliteratur und der Vor- und Nachbereitung. Aber wie kommt man jetzt auf die 180 Credits? Die 180 Credits entsprechen zwei Fächer oder wie wir sagen, das Studienprogramm. Das Hauptstudienprogramm, der Major, zählt 120 Credits, das Minor-Studienprogramm 60 Credits. Diese Proportionen gelten für die ganz philosophische Fakultät, wo du geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer wählen kannst. Du kannst in meiner aber auch Studienprogramme aus anderen Fakultäten wählen. Aber du musst schauen, nicht alle Fakultäten haben die gleichen Major-Mainer-Proportionen. Und pass auf, wenn du die Fächerauswahl studierst, es gibt Studienprogramme, die man erst im Master wählen kann. In der philosophischen Fakultät kommen die beiden Programme, die du wählst, in den ersten Semestern zuerst die Grundlage. Wenn du also nachher merkst, dass du deinen Major und deinen Minor möchtest tauschen, dann kannst du das mit relativ geringem Aufwand tun. Am deutschen Seminar kannst du DSL, VGS und Skandinavistik studieren. Falls nur Bahnhofer stehst. DSL meint deutsche Sprache- und Literaturwissenschaft. VGS meint vergleichende germanische Sprachwissenschaft. Da geht es um die verschiedenen germanischen Sprachen von der Rune bis zu unserem heutigen Deutsch. VGS kannst du als Minor mit 60 Credits auswählen, alle anderen Studienprogramme kannst du als Minor oder als Major mit 120 Credits belegen. In der Skandinavistik beschäftigst du dich mit den skandinavischen Sprachen, Kulturen und Literaturen aus Norwegen, Dänemark, Schweden und Island. Du kannst deine Studienprogramme so kombinieren, dass sie thematisch in der Nähe liegen und du im einen Programm vieles lehrst, was du auch für das andere Programm brauchen kannst. Dann kombinierst du zum Beispiel Deutsch mit Englisch oder Französisch, Skandinavistik mit VGS, Deutsch mit AVL, der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft. Oder du möchtest deine Kompetenzen möglichst breit streuen, dann wählst du vielleicht Deutsch im Major und Informatik im Minor. Das Wichtigste ist, lass dich bei deiner Entscheidung von deinen Interessen und Begabungen leiten. Falls du wissen möchtest, was du später mit einem Studium von der Skandinavistik oder der Deutschen Sprache- und Literaturwissenschaft oder der VGS kannst anfangen, dann schau dir das Video an.